Musik Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Grand Ages Medieval Ja, letzte Folge haben wir fast eigentlich nichts gemacht Da unsere sehr verehrten, ähm Der Weg ist das Ziel Nachgeschmack vom Alkohol, naja Ähm, wir, diese Stadt hier uns nicht genug gemacht haben Oh, sie mag uns, sie mag uns, sie mag uns, sie mag uns Schönen guten Tag, was gibt es, ihr habt was anzubieten? Immer gerne Jetzt kommt wieder der Spaß, ich hau da 300.000 über den Arsch Wupp, und dann wird sie uns mögen Ohne mich Wieso schon wieder Montpellier? Ich hab doch, hä? Sympathie, Waren, genau, und dann gehen wir dann drum Wieso bin ich dann gerade auf Stadt gekommen? So, und jetzt bieten wir mal 500.000 für die Stadt an Sympathie, Angriff, Vermittlung, Bündnis, Stadt Was? Habt ihr vielleicht Mut, mir ein dermaßen schlechtes Angebot zu unterbreiten? Doch, ich geb euch noch eine Chance Was ist an einer halben Million nicht gut? 700.000, fuck, oh Ey, ich glaub, ich spinn, was muss ich denn da anbieten für ein Ohne mich Was? Verdoppeln? Idiot Leute Die will ne Mille für ein fucking Dörfle haben? Der Weg ist das Ziel Ne fucking Mille? Der Weg ist das Ziel Guck mal zur Ruine Ey, ich glaub, es hackt Ich glaub, das hackt Schönen guten Tag Hast du komplett nen Vogel jetzt? Ich biete dir ne Mille für die Stadt Aber keine 1,4 Millionen Aber ich will die Stadt haben Ihr habt was anzubieten? Das weiß ich warum Immer gerne Jetzt verstehe ich auch, warum die meisten das per Militärkraft übernehmen Weil die einfach keinen Bock drauf haben Sich mit den Leuten hier anzulegen Und Geld auszugeben Also da müsst ihr aber noch nachbessern Hast du nen kompletten Vogel? Alter Ich leg mich gleich mit dir an Das sag ich dir Ich leg mich gleich mit dir an Und dann siehst du, was ne Schlagkraft ist Weil mein Heer wird bezahlt Und nicht nur Battle Arbeit dir Wir schleichen los Das Problem wieder an dem Typen ist Der hat überall seine Heere stehen Und wenn der mir dann in den Kragen kommt Dann Wie gut ist denn dieser gelbe Typ? Wie gut Ich brauch irgendjemanden, an dem ich auslassen kann Das ist doch die Großherzogene Hier Großherzogene 17 Städte Heereskraft Fuck, die hat ne größere Heereskraft als ich Leg mich doch am Arsch Ähm Aber ich hab mit dem Mit der da drüben heinen Mit der Aber ich hab mit dem Ähm Die Stadt haben Die macht Prunkt Ich brauch Prunkt Fuck, uh Die Typin geht mir Wow Wow, was ist denn das? Erdbeben in der Stadt Wow Fällt euch was auf? Y Y Y Y Y Y Y Und zwei Striche Es ist Y Erdbeben Das geht sogar bis ins Meer rein Lol Bis wohin noch? Wie lange hält so ein Erdbeben an? Mal sehen Wie schließt sich das? Alter, das hält ja Jahre Ey Junge, ein Erdbeben hält nicht fünf Monate Ein Erdbeben macht Schnips und ist weg Da jetzt verschwindet So funktioniert ein auch ein echtes Erdbeben, meine Damen und Herren Schönen guten Tag Weißt du was? Ihr habt was anzubieten? Immer gerne 1,4 Millionen Gipse her Hau die Stadt rüber Ab geht's Jawoll Die Stadt ist echt nicht los Die ist echt nicht los Die Stadt So, jetzt haben wir noch ein neues Grundstück in unserem Gebiet Besitz Jetzt fehlt nur noch Augsburg Und Augsburg mag mich ganz, ganz langsam Die Städte hier haben alle Überproduktion Wieso habt ihr denn alle Überproduktion auf einmal an? Was vor allem? Am Weizen? Das war ein ganz schön nachbusser Denen die man hier einfach ausbaut Und dich noch Katapultiert Zap Ich potenziell schick noch Weizen Wieso? Wieso? Dann tue ich dich hier mal auf Zehner Höhen Dann fuck U So Bin ich gespannt, wenn es hier ausgebaut ist Ob das positiv oder negativ ausgeht Ich hoffe wir mal Aber weiß ja nie, ne? Die Welt kann sich ja drehen und drehen Aber die Funktion ist trotzdem nicht gescheit So, von Minus 1 Einwanderer What the fuck Da Stadt geht super Oh 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 fuck Oh fuck Ach nee Ach komm schon Das finde ich jetzt nicht lustig Jawoll Überproduktion gestoppt Und? Geh ins Positive Geh ins Positive Komm Ja uh Es geht Läuft doch Alter Die Stadt macht hier Alter Alter Stopp Halt Nicht so viel produzieren Alter die gehen ab Ey du hast schon wieder 5000 abgezogen Fick dich Kann ich euch für ein besseres Die macht 27 die Stadt Der fällt immer noch Junge Junge Du bist doch hier irgendwie Tesla Tutsch Wollte er ein Spielchen wagen? Guten Tag Sucht er etwas Bestimmtes? Ich biete euch diese Wagen Seid gegrüßt Was habt ihr zu bieten? Warte mal Ähm Wir können das ja nicht mal ausbauen Weil wir es gerade können Wir wollten hier noch ausbauen Was dafür brauchen wir hier Äh wo produzieren wir denn Watt? Ähm warte mal Wie sehe ich denn wo ich was anbauen? Warte mal Ah das ist ja schon wieder Ja guck mal Ähm Wo tun wir Eisenprodukte da unten? Ich brauche einen Händler Bitte hier jetzt Händler anwärmen Ich wüsste nicht dass der nur zu viel Geld kostet Da du weite Reise hast Müsst du viel mitnehmen So ähm Guck mal zocken Ähm Wir gehen in den Gasthof rein Des Lattes Wollte er ein Spielchen wagen? Gut Oh ich bin dran Oh Oh So sitzen Ah meins So meins Ach come on Meins Ach ah ah man Meins Meins Ach fuck Uh Fuck you in your Knie Leck mich doch an dein gepuderten Arsch Da hier Fick dich Fick dich In deinen gepuderten Arsch Ach weißt du was Nochmal Ja Ihr habt das Spiel verloren Wollt ihr eine Revensch? In your Knie Taktisch spielen Taktisch spielen Taktisch spielen Taktisch spielen Der ist fix Der ist nicht fix Come on Nein Ich sollte mal mehr auf meine Buchstaben achten Geht doch Fuck you Fuck you Scheiße ich pass nicht mehr auf Shit 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 Ich will hier mal sichern Fuck you in your beschissenes Knie Ach jetzt meleck mich Fett in dein gepudertes Arschloch Ey Ach come on Damit ich die paar Ja auf jeden Fall nicht Nochmal Keiner hat gewonnen Das darf schon nicht bleiben Du schummelst Ey Der schummelt Ey Shit 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 Der schummelt Der spielt mit falschen Karten Tu dir mal neue geben Ich sag dir Der spielt schwarz Ey Ich sag's dir Der spielt schwarz Guck mal Der ist viel zu gut Der zockt mit gezinkten Karten Ich sag's dir Da guck der zockt mit gezinkten Karten Dieser Wichser Dieser vermolleteilte Wichser Ach jetzt leck mich doch mal wieder ins puderte Knie Schon wieder unentschieden Das gibt's doch gar nicht Nochmal Ich krieg dich noch Jeder hält seinen Einsatz zu Und dann bummst ich dich so richtig geil von hinten durch So Fuck you Fuck you too Ach fuck you in your Knie Das war klar Das war klar Das war so geverfixt Ist klar Das hätte ich mir jetzt kaputt gedacht Ach fuck you So richtig geil Das spielt mit gefickten Karten Nee Ihr hättet mich fast geschlagen Aber nur fast Muss das spielen doch können Das ist Nochmal 4-4-4 So Ähm Was krieg ich denn da für Steine Der zinkt Da ist doch genau Was für Karten da rumliegen Oder Das gibt's doch gar nicht Ich mag Betrug melden Hallo Ach jetzt leck mich doch Weißt schon Er spielt nur so Weil er ganz genau weiß Ohne gezinkte Karten Gewinnt der fack den Arschloch nicht Aber nein Das gefickte Arschloch muss ja Weißt das Er fick dich Er fick dich so richtig Jeder erhält sein Meine Augen tun mir grad so ganz leid weh Kommt vielleicht daher Dass ich seit 5 Uhr in der Frühschule nach bin Wie geht's Augsburg Jetzt hasst mich immer noch Wie geht's der Stadt Die leid und gedeiht Ähm mit 5.000 Euro Ach läuft der Was denkst du haben wir vor? Errichtet ein größeres Gotteshaus Jetzt bin ich gespannt Steigt der Profit immer noch Oder steigt der nicht so ganz Der Profit steigt oder? Steigt der? Der steigt Nice Der steigt mal wieder richtig fett Ach komm Jetzt fehlt ein bisschen 3.000 Einnahmen in der Stadt Boah Leute Das geht ab Weißt was Hier Kriegst du noch ein bisschen mehr Läuft Warte Mindestens 10 Wagen Muss ich das Ding mitschlippen Jetzt mal So Passt das Dann kriegst du eine Händlerroute Eine ganz simple Dann fahr mal deine Route Und los geht die Tour Damit die Stadt hier auch dauerhaft Und los geht die Tour Da ist wahrscheinlich noch eine Bitch Die hier unten rumfährt oder? Ach du bist die die Bitch Bist du die andere Bitch? Wo ist denn die andere Bitch? Da ist die andere Bitch Guck mal Ähm Die Stadt mag mich irgendwie nicht Woran liegt das? Wir können jetzt noch einen Händler da so hinter machen Das machen wir nochmal Guck mal Ähm Handel Äh So Hier Oh das wird jetzt noch eine Zeit dauern Wenn ich die Händler kann Wahrscheinlich Und los geht die Tour Die Tour fühlt mich grad so geil Und los geht die Tour Alter Ich mag die Stadt da übernehmen Problem ist That I have no another Navi Mein Navi ist nicht so wirklich einwandfrei Kann ich Okay Leute Ich hab Das gemacht was ich in der letzten Stunde angekündigt hat Wir haben Montpellier eingenommen Ich hoffe Euch hat diese Folge gefallen Ja Wenn ja Dann würde ich mich über ein Like freuen Wir werden wahrscheinlich In der nächsten Stunde Irgendwann anfangen London Äh Großbritannien zu invasieren Und Denen mal hier zu zeigen Wer denn Den dicksten Pimmel hat Und Damit verabschiede ich mich Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao 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 Das war's für heute.